So, diese Runde darf ich wieder gegen Magier ran Oh, hab 1, 2, 5, 6 Karten, ist eigentlich echt geil Lass ich die überlegen, ach komm was soll's Ich lass jetzt überlegen, nehm die Karten jetzt mal so wie ich sie auf die Hand gekommen hab Einsatz bereit So, ja die Karten, wo ich zieh jetzt Ganz ok So, die Einheit hau ich da mal um Und dann lass ich ihn erst mal Die Runde Schau was er jetzt macht Oh, natürlich starke Karten Meine Karten Wollen wir echt keine Karten auf der Hand haben jetzt Jo, da bring ich jetzt mein Elementar Die Lichtbegut, weiß das Ich muss den jetzt umhauen, weil sonst wird der so stark Der will jetzt auf jeden Fall eine Karte bringen Wo er 3 Damage gibt, kann ich da nicht mehr komplett wegheal Oh, der Sack Aber das hätte ich jetzt einfach nicht gemacht Das war jetzt eher doof von ihm So, was bringt er jetzt? Ich werde jetzt mein Guru Bashi bringen, da er keine Einheiten hat Aber ich hab definitiv mehr Karten auf der Hand Ist meistens von Vorteil Die Tore sind geöffnet Oh Oh Hau dir den dicksten Spotter raus Ja, ich glaub den Zerstör ich jetzt einfach mal Ja, den hau ich jetzt weg Ich mach jetzt kaputt Egal Schau dass er möglichst keine Karten mehr auf der Hand haben kann Ja, den hau ich jetzt weg Da ich das grad mies dominiere Wo bringt er einen mit Verstuhl Halb 5-5 So Hab jetzt auf jeden Fall richtig viele Karten liegen So Wenn er jetzt keinen Massenspell haben sollte Kommt in der nächsten Runde Gut Damage Natürlich hat er den Massenspell Wer hätte es anders erwartet? Ich Nicht So Ähm Ihr wisst nicht Was euch erwartet So Haben jetzt nochmal zwei Karten gelegt Die Karte müsste jetzt umhauen Sonst äh 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 Hör ich den Sturge Ich Hör ich den Sturge Aber da fällt es jetzt starker schon mal weg Natürlich kann er den gut mit Feuer mal eliminieren Ich hoffe dass ich meine Erziehung gefällt Ich hoffe dass ich meine Erziehung gefällt Ihr könnt mich vorbei Woher holt denn der jetzt die ganzen Karten wie so Dann kommt Möchte den Sturge Halt Möchte den Sturge Rausholen Killt er mit Feuer mal Ich lasse jetzt mal den Sturge Und die brieche ich dann in der nächste Runde mit Ansturm Da ich die Spellkarte habe Da ich die Spellkarte habe Jetzt kommen natürlich wieder die Karten wo man braucht Jetzt dreht sich das ganze nochmal Oh fuck Ist das Assi Wieder so ein Hades Gell Aber ich verdommel jetzt einfach bei ihr die Leben Ich hoffe dass ihr jetzt nichts zum Fähes kriegt Weil die beiden werden dann daran sterben Und naja Denn vor allem wird das wieder weghauen Ich hoffe dass ich dann ein Männchen kriege Und keine Spellkarte Genauso wie ich es mir gedacht habe 1 1 Ist Ist heilig wieder weg Jawoll Da ziehe ich die geile Karte So Wahrscheinlich kommt jetzt das Schieb Wer hätte es anders erwartet Ich nicht Wer hätte es anders erwartet Ich nicht Natürlich ist das ein dumm Geheimnis Wisst nicht was euch erwartet Es läuft bei dir eben wirklich Machen wir natürlich nur an ihr 5 damage Jetzt wird es alles noch ein bisschen kleiner Egal das machen wir jetzt auch Egal das machen wir jetzt auch Und er halt nen 2 1er Und er zieht nen Spotter GG Das ist so klar Das ist so klar dass der Spack jetzt ne Dube kriegt Das kann ich nicht tun Das kann ich nicht tun Meine Augen sind offen Meine Augen sind offen Wer möchte nun bei dir Meine Augen sind offen Ich hoffe ich kriege jetzt mal Äh hier mein Komisches Heilige Noma Gedöns Was soll ich nur tun Was soll ich nur tun Ich frage mich Ich frage mich Heilige Nova Kommt jetzt ein bisschen zu spät Wer möchte nun meine Klingen schmecken Wer möchte nun meine Klingen schmecken Ich glaube die Brieche ist in der nächste Runde Weil er die gerade gespielt hat Möchte denn unbedingt noch die Karte spielen lassen weil er das kennt Möchte denn von dem Ich frage mich was soll ich denn Ich frage mich Schöning Das ist doch jetzt n Winz Ja, somit ist das Game denke ich vorbei, außer ich ziehe jetzt nochmal mit Glück irgendwas. Ja, wow, ja richtig cool. Ich ziehe Gedanken sich, das sieht man mal was für Glück ich habe, wenn es nochmal kommt. Tretet beide, oder sterbt, oder beides. Verdoppelt das Leben eures Dieners. Das war's. Er zieht natürlich um einigeres. Gut gespielt. Ja, das ist natürlich eine Glückssache, wenn man dann Karten ziehen muss. Und wenn er dann so einen zieht, dann kann es nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Na ja, was soll's. Ich habe immerhin ein paar Runden rausgeholt. Kann schon wieder ein neues Arena-Mensch machen. So, jetzt schauen wir mal, was ich bekomme. Einmal 55 Gold, einmal Bücher und einmal dieses komische Zeug. So, dann öffnen wir mal die Packung. Schauen wir mal, was wir bekommen. Wenn einen Diener ausziehen, das war eine Karte, wenn er angreift. Okay. So, dann sehen wir uns beim nächsten Arena-Mensch. Schaut's neu. Schaut's neu. Ja, sein 這 Haus wird auch GREFTS loaded. Schaut's say,ا.